Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3 Reforged. Ich bin Aram und heute spiele ich ein 4 vs. 4. Habe Random gewählt, Ork bekommen und wir spielen auf der Map Nördlicher Teufelswald. Heute mal von oben nach unten. Meistens spiele ich hier gefühlt von unten nach oben. Gefällt mir an sich auch besser, aber okay. Müssen wir auch somit leben. Und ihr seht, ich baue als erstes die Kriegswerkstatt. Und das sagt natürlich aus, dass ich jetzt auf Headhunter gehen werde. Ich glaube mal wieder wirklich Mass Headhunter mit dem Shadowhunter First. Später vielleicht, ja was ich ja sehr gerne spiele, Docks und Schamanen im 4 vs. 4. Wenn dann ein Maid noch, ja beispielsweise Mass Frostworms baut, dann geht das richtig ab. Mit Bloodlust. Und ihr wisst Bescheid, heute ist Wochenende. Das heißt, ich werde euch heute mal wieder richtig zu bombardieren mit Games. Arbeit abgeschlossen. Ja. Arbeit abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Gleich das nächste Büro. Damit wir dann auch wirklich Mass Headhunter pumpen können. Muss was getan werden. Bereit zur Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Wir brauchen mehr Gold. Gut. Jetzt den ersten Headhunter. Also wenn mein Held dann auftauchen sollte, dann habe ich auf jeden Fall schon mal 2, 3 Headhunter. Ist halt bei dieser Build-Ohr oder so. Können wir gleich das nächste Büro bauen. Wir brauchen mehr Gold. Na guck. Boah, dauert noch ein Stück. Arbeit abgeschlossen. Hier ist Borough endlich fertig. Muss was getan werden. Das kann ich. Shop baue ich mir ja gerade im 4 vs. 4 lieber hinten rein. Lass die Gegner den nicht als erstes zerstören. Dann kann man nämlich auch ganz böse Witter im Grund spielen. Auf die erste Basis zulaufen. Shop zerstören. Dann alle zur nächsten Basis rüber laufen. Ja, und wenn man hier keinen Shop hat, dann kann man kein neues TP kaufen. Also kann man die Gegner auch richtig schön mürbe machen. Richtig. Arbeit abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Wache für Sultan. Das Ding, oh Mann. Okay. Schneller. Wir sind auf der falschen Seite. Ja, Mann. Dann gehen wir hier unten runter. Gehen wir gleich mal den Gegnern ein bisschen hallo sagen. Fully an der Intelligenz. Also schnell wieder weg hier. Ach, helfen wir mal. Mit Vergnügen. Und die ganze Zeit schön Headhunter pumpen. Auch gleich mal das Upgrade. Richtig. 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 Jetzt erst mal schnell zurück zum Shop. Richtig. Richtig. Was soll ich tun? Bisschen Heilung holen. Mit Vergnügen. Wir brauchen mehr assumed. Gut, holen wir die Heilung gleich. Das Gold konnte ich jetzt nicht warten. Ja, 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 ja. Selbst beim Zocken hier der Stress. Rache für Sultrinn. Das Dingo, Mann. Wir sind gut drauf. Richtig. Erstmal kurz einen kleinen Grün. Das wird am Zeitpunkt eher so ein Stück zu mitnehmen. Da ist Dingo, Mann. Ja, Mann. Na. Mit Vergnügen. So, die pull ich mir schön raus. Wir sind gut drauf. Krass. Was soll ich tun? Und dann ist auch der Aktiv überhaupt kein Problem. Wir sind gut drauf. Genau, wir sind gut drauf. Jetzt wird haben wir nichts zu stressen, Herr Gutste. Wächterschutzzauber, den kann ich dann gleich verkaufen. Gibt, glaube ich, auch ganz viel Gold. Denn wenn ich auf Docks gehe, habe ich den Wächterschutzzauber so oder so. So, jetzt mandieren. Wo soll ich denn hin? Tech ist gleich durch. Und ich gehe direkt weiter auf Tier 3. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, doch. Ein History-Bone war auch. Für ein paar Kodos. Second Hero, den TC für die Aura. Und ich kann schön in Ruhe creepen gehen. Gelb, Stress da unten so ein bisschen, wie es aussieht. Und doch. Forschung abgeschlossen. Das Dingo, Mann. Schneller. Ja, Mann. Danke. Die tun mir jetzt schon leid. Was? Was immer ihr wollt. Wir sind Knoll-3. Ah. Hätte ich letztes Mal vorher die Rape skillen sollen. Hätte ich so mehr gebraucht. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Ich bin bereit. Das ist wie es da. Ja, ha, 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 ha. Jetzt erst mal heilsalben nutzen. Vorstellung abgeschlossen. Nochmal das Angriffs-Upgrade. Gleich weitere Burrows. Wenn ich dann über 50 Supply gehen will. Wir sind gut drauf. Rache vergnült. Was verlangt ihr von mir? Kein Ring, der Schütze ist oder so gefunden. Loy. Hat er meinen Shadowhunter erst mal schlafen gelegt. Gleich mal direkt ab. Was verlangt ihr von mir? Jetzt haben wir einen Ring des Schutzes. Na. Man muss es nur mal kurz erwähnen. Und schon findet man. Das Ding war alt, 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 was da los ist. Arbeit abgeschlossen. Wir werden angegriffen. Wir brauchen mehr Gold. Arbeit abgeschlossen. Wir brauchen mehr Gold. Oh ja, der Fingert. Hier sieht das trotzdem ganz schön. Jo, komme gleich. Wir brauchen mehr Gold. Sternt. Wir brauchen mehr Gold. Was verlangt ihr von mir? Wir brauchen mehr Gold. Das ist geil. Manchmal Rolle der Heilung. So, und jetzt muss ich aber zackig rüber. Richtig. Gelb ist auch schon da. Das ist aber nicht wirklich viel. Ich stehe dazu nicht eingeigelt. Aber gut. Der Gegner zieht sich zurück. Das ist dann doch gut. Jo, okay. Und der Shadowhunter Stufe 4. Jetzt will ich mal das Feigse. Das hatte ich ja beim letzten Mal falsch gemacht. Dass ich das gar nicht geskillt hatte. So, und jetzt die zwei Geisterhäuser. Habe ich ja schon vorhin angekündigt. Ich will auf jeden Fall Bloodlast. Da kommt auch der erste Spellbreaker. Oh, meine Armee wächst und gedeiht. Kugel geben wir dem TC. Und so ist der doch schon eine ganz schöne Tankmaschine. Das geht gut drauf. Wir brauchen mehr Gold. Schneller. Der Gericht hier ist glaube ich nicht ohne. Mit Vergnügen. Da ist die Hilfe für Soldat. Oh, aber haben die Gegner schon gemacht. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Das wird angegriffen. Jetzt greifen sie da oben an. Wir brauchen mehr Gold. Na komm. Wir brauchen mehr Gold. Ja, ich brauche dringend Hilfe. Uh, da sind die ersten Sand. Ich sag gleich mal verhexen. Kann er auch nicht instant porten. Man sieht halt, das habe ich gemeint. Was da der Hex gebracht hat. Jetzt kann er erst porten. Hat doch noch einiges dadurch verloren. Oh, und da haben sie schon was vergessen. Ah, und jetzt spielen es die Gegner so. Jetzt greifen sie drüben an. Ja, muss Rami wieder rüber porten. Geht nicht anders. Sowas sollte man am besten spielen mit irgendwelchen Einheiten, die der Gebäude möglichst schnell einreißen. Hier, jetzt laufen sie weiter. Wahrscheinlich zu meiner Base. Ne, er portet doch zurück. Ja, okay. War klar, ne? Aber meine Mates porten alle schön mit. Ist der Nächste. Also das funktioniert. Aber mit so einer Taktik. Da kann man die Gegner wirklich in die Knie zwingen. Wenn jetzt einer mit dem Mass Raider beispielsweise auf mein Hauptgebäude gerannt wäre. Ich bin bereit. Ja, das war so. Schon ein paar Burrows haben sie zerstört. Und wir müssen jetzt als Team fungieren und vorgehen. Kommt, Leute. Nicht mehr lange rumgammeln hier. Sonst machen die Gegner das die ganze Zeit mit uns. Boah, 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 boah. Gut drauf. Richtig. Kommt erstmal eine Heilung. Das ist von der Farbe ein bisschen drob hier. Mit dem anderen Ork. Kann man schlecht unterscheiden. Aber das war jetzt sehr gut. Jetzt sollten wir auf jeden Fall ein Go machen. Es sind zwar ziemlich viele Tower, aber wir haben es dabei. Versuchen wir es erstmal hier. Wir sind gut drauf. Wir brauchen mehr, Mann. Das ist immer ein Tor. Das ist abgeschlossen. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Genau, wir haben es erstmal auf den Tower, dass er nicht mehr schießt. Und Teleport. War der Night sehr angeschlagen. Nein, du hast mal. Ich kann es im Moment gar nicht sagen, ob es gut aussieht oder schlecht. Boah, ist das eine Wimmel hier. Und noch ein Fort. Aber jetzt kommt es so ein bisschen schon drauf an. Und nochmal die Aura-Skill. Bei so viele Einheiten ist die auf jeden Fall besser als der Stop. Und Master-Logs, endlich. Ah, nur einer zumindest. Das ist die Gegner, Schatz, wie es geht. Boah, die muss man erstmal durchschränken. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Okay, das ist auf jeden Fall noch ein Gegner. Die ganzen Dingen hier. Okay, ich glaube, das ist... Mein Tissi und Verwundbarkeits-Tank nochmal. Und jetzt muss ich rauswarten. Aber noch viel gekriegt. Ich hoffe, mein Tissi überlebt jetzt so kurz. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich habe zum Schluss hier ganz alleine gekämpft. Boah, und so viel Gold. Während des Fightens hier voll vergessen nachzubauen. Das ist hier hochheilen. Wir sind guter, dass wir hier mit Vergnügen. Äh, nicht Heilung... Ja, Heilung und Mana. Das war ein krasser Fight. Aber insgesamt hätte ich doch nicht geschafft. Viel Erfahrung habe ich dabei reingekriegt. Wenn ich so drauf gucke. Mein Shadowhunter immer noch Stufe 4. Stufe 5 wäre so wichtig. Heel Wave Stufe 3 ist so stark. Aber er baut eine Menge Anti-Air. Ist nicht schlecht, aber er sollte, glaube ich, lieber Tanks bauen. Da bei den Gegnern hier doch einige Orcs bei sind. Und wenn die die Batrider da in die... ...Gerokopter reinjagen... ...und den Gerokoptern bringt halt auch meine Heilung nichts hier. Das darf man nicht vergessen. Boah, war der Shadowhunter. Mana-Stein. Mana-Trank. Und jetzt hole ich noch... ...die Blitzgröße. Der geht schon richtig ab. Jetzt können wir hier oben mal den Roten-Krieg machen. Rache für Sulten. Forschung abgeschlossen. Muss was getan werden. Äh, nochmal. Muss was getan werden. Also meine Armee ist schon nicht von schlechten Eltern. Uh, da liegt noch ein schönes Volian. Genau richtig für meinen Shadowhunter. Hat jemand den Arzt gerufen? Dann geben wir ihm Lamba. Wohna steht euch der Sinn? Forschung abgeschlossen. Tast Dingo. Euer Befehl. Und go. Was, warum schreibt der jetzt GG? In der Ehre. Das Stadt wird angeschlossen. Oh, Leute. Wollt er denn seine Armee verloren? Unsere veröffentlichte Stadt wird angegriffen. Da kommen sie. Ja, okay. Können wir auch importen. Das Laufen würde wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Aber wo hat er seine ganzen Einheiten? Wirklich extrem wenig. Ja, da brauchst du nicht neue Aufwand nehmen. Das ist der gute Wahl, Mann. Unverzämmer dich. Okay. Let's go. Okay. Mein Arm hat er zieht. Alles Fokus. Mein Arm hat er zieht. So, Shadowhunter Stufe 5. Endlich. Kommt der Welt rein. Dann können wir das Ziel gleich wieder in die Front, wenn er durchkommt. Boah. GG ist es auf jeden Fall. Die Frage ist nur für wen. Also, ich bin mir da immer noch nicht sicher. Boah. Das ist mal eine schöne Hue Wave rein. Jawohl. Palatinen Stufe 6. Rückenmark genutzt. Komm, komm. Alles an Mana nutzen, was wir haben. Brutal. Mehr sah ich da nicht. Das Dingo, Mann. Alter, war das ein Fight. Wir sind gut drauf. Ihr braucht meine Hilfe? Stuhl, Herr und Feuer. Hört meinen Ruf. Wir brauchen mehr Gold. Kommt, Leute. Bisschen schneller. Rami ist schon wieder bei der Exe unten. Aber das ist Rami zu viel. Vergessen war das. Ja. Ja, Kriegshäuptling. Voll eingetauert. Richtig. Schneller. Oh, ich bin über 80,000. Ja, mach. Ach so, die haben ihn da getauert. Nein. Schneller. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Richtig. Boah, Maschurokopter. Ja, jetzt sind wir ein paar Tanks gebaut. Bei mir ist das erste Katapult, klar. Maschurokopter gehen halt auch gegen Gebäude, aber... Risky. Neu, hat er ihn da vollgetaucht. Das Ding, oh Mann. Wir brauchen mehr Aufbau. Was wir wollen. Ich kann hier nicht bauen. Alles klar. Wir sind gut drauf. Forschung abgeschlossen. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Ja, Mann. Ne, 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 nicht da angreifen. Das wollen sie doch. Schön da wieder hin. Da waren nicht so viele Tauer. Ich höre den Ruf. Da muss man Fuchs sein, mein Freund. Okay, da sind sie. Nights, müssen rein. Arbeit abgeschlossen. Los. Nights. Jetzt. Jetzt geht's richtig ab. Erster hat sich schon zurückgezogen. Und dazu halt die Docks. Guckt euch mal eine Armee an. Gute ich hier erst hinten. Aber da stimmt halt auch kaum was. Oh, der Paladin. Ah, das wollen mein Shadow-Antag. Lass mich in Ruhe. Danke. Ich hab's nochmal einen schönen Heal vom Paladin. Boah, voll der Fokus auf meinen lieben Shadow-Antag. Boah. Ja, und seine Tower. Ist egal, du holst dir doch da eine Echse. Lass ihm das so. Ich meine, können wir machen, klar, aber... Oh, jetzt geht der Nächste raus. Ja, Mann. Richtig. Ob sowas warten, die Gegner heil gemacht. Dass man da wirklich blindlings in die Tower reinläuft. So, jetzt haben wir die Ultimate. Okay, der PC Level 6. War auch... Okay. Okay. Ja, ein Gegner will noch nicht auf dem Stimmt, der gibt es wieder oben Mit so einem ganzen Tauern Er nimmt sich jetzt Wir sind so doof und können da alle noch Eigen Nein, sind wir nicht Was soll ich tun? Wie der TC da einfach die ganzen Schüsse von den Burrows wegfängt Ach, da gibt es auch noch ein bisschen Beulerei Ich geh schon mal weiter zur nächsten Base 97 Supply, gut Gold Wir werden angegriffen Ich höre den Ruf Das Dingo Sterbt Und go Da haben wir noch ein paar Tower drinnen Da können wir noch ein paar Tauern draufschießen Oh, ich habe doch verloren Oh, ich habe noch ein paar Tauern draufschießen Oh, ich habe noch ein paar Tauern draufschießen Das ist hier, hier hat die armen Arbeiter Und was ist da los? Wollt ihr jetzt auf Gryphon gehen? Ich glaube, Gryphon hatte ich das ganze Spiel über noch nicht gesehen Doch, da haben wir jetzt schon leid Ein einzelner Gryphon Das Ding braucht eine Hilfe Wo soll ich denn hin? Oh, das hat doch noch ganz gemach Nehmen wir einfach mit Ich werde nochmal ein Item Sterke Ein paar Hände, Schuhe, da hast du das nice Nehmen wir doch gerne Und ab auf die nächste Basis Und wie kommt der denn da jetzt hin? Ich dachte erst, der noch ein Gegner Aber Der Gegner war ja auch keiner an der Freien Das ist eine gute Wahl Das ist eine gute Wahl Ich glaube, ganz am Anfang war das so irre Da hat dann Bloodlust Mit Human mit den Spellbreakern geklaut Vom Gegner Also als Reforged rauskam Und die Water Elemente Die waren so riesengroß Keine Ahnung, was er da macht Ist mir aber auch ein bisschen groß Wir müssen jetzt nur noch die letzten Gebäude hier wegreißen Unserer Dolphmiede ist eingestürzt Ja, da steht euch der Sinn Warte, ich muss was getan werden Warte, ich muss nochmal nachgucken Ihr braucht meine Hände Schneller Warte, ich muss mich verletzen Schneller Warte, ich muss mich verletzen Tast Dingo Was ihr wollen Aber gern Muss was getan werden Das kann ich Die tun mir jetzt schon leid Forschung abgeschlossen Tast Dingo, Mann Wir sind gut drauf Ich höre den Ruf Und den haben sie auch noch nicht gemacht Ihr braucht meine Hilfe Was soll ich tun Leichte Freunde Wie kann ich die nicht sein? Wieder junges Mütter Ja, Mann Schneller Schneller Richtig Wir sind gut drauf Wie kann ich die nicht sein? Ach, zur nächsten Base Ihr braucht eine Hilfe? Wonach steht euch der Sinn? Wir werden angegeben Unverzüglich Sterbt Wen soll ich töten? Nein Dann trauert er ihn jetzt da oben wieder Trauert er ihn jetzt da oben wieder Da ist er bei der letzten Base Ne, jetzt geht er endlich raus Hat es eingesehen Ja, aber wenn man das Game so insgesamt betrachtet War das doch sehr ausgeglichen Und ich hoffe es hat euch gefallen Und wenn ja Würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben Einen netten Kommentar Oder wenn ihr noch nicht habt Natürlich auch ein Abo Sehr freuen In diesem Sinne bis zum nächsten Game Euer Aram Joer 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 Vielen Dank.